Game beginn. Herzlich willkommen zum Jahre 2021. Endlich ein neues Jahr mit neuen Herausforderungen. Deswegen dachte ich mir, wir warten da ein bisschen, fast einen Monat, bis wir die neue Podcast-Aufnahme machen. Und dafür gibt es dann einen Sondergast. Da habe ich lange dafür kämpfen müssen. Aber jetzt ist die Person endlich da. Nämlich Melli. Hallo Melli. Hallöchen. Da bin ich. Die Leute wissen ja nicht, wer Melli ist, oder? Du weißt ja, wer du bist. Ich weiß ja, ich bin aber, ob die Leute das wissen. Ich bezweifle das. Ja, eben. Deswegen würde ich sagen, mach mal den klassischen Vorsteller. Melli, wer bist du denn du eigentlich? Ja, ich bin die Melli. Ich bin die Freundin von Woody. Den dürften ja vielleicht einige kennen. Ja. Genau. Okay. Also quasi mehr willst du bis jetzt noch nicht rausrücken. Das heißt quasi, wir beschäftigen uns jetzt quasi in diesem Podcast um die weibliche Seite der Vergangenheit, wenn man so schon sagt. Das macht immer die Retro-Zeit und da denke ich mal, gibt es bestimmt interessante Sachen zu berichten, weil du lebst jetzt quasi in der Zukunft. Also 2000 nach 2000 und so weiter. Da haben alle irgendwie im Jahre, keine Ahnung, 1980 oder 1970 oder 1990 irgendwie gesagt, Zukunft, da wird ja alles anders. Ja, das stimmt. Waren alle noch ganz gespannt, als 2000 endlich kamen. Das weiß ich noch. Ja, genau. Da war ja die Jahr 2000, wenn du, gab es da Probleme, Abstürze und so? Nö, bei uns eigentlich nicht. Also das ging alles reibungslos. Ist nichts abgestürzt? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich weiß nicht. Also ich hatte auch keinen Computer oder so. Mein Handy hatte kein Internet. Da konnte nicht viel abstürzen. Von daher, bei uns ist halt nichts abgestürzt, bei anderen mit Sicherheit. Okay, um vielleicht das ein bisschen genauer zu spezifizieren. Bist du Technik-affin oder sagst du alles, das ist irgendwie nicht so dein Ding? Nee, also für solche Sachen habe ich dann doch den Woody. Der macht das immer alles. Der versteht das. Ich nicht. Nee. Technik und Melly, das passt nicht so ganz. Technik und Melly passen nicht zusammen. Das heißt, Bücher und Melly passen zusammen? Ja, Bücher schon eher. Allerdings fehlt mir da oft einfach die Zeit und die Ruhe, mal zum Lesen zu kommen. Tatsächlich. Also ich habe ja auch einen Computer, da sitze ich auch abends viel dran. Aber wenn es darum geht, irgendwas zu installieren oder irgendwelche Einstellungen zu machen, das macht dann der Woody. Heißt es, analog und Melly passen besser zusammen? Ja, doch, ich denke schon. Was genau definierst du für dich als das gute, analoge, für was an Melly passend wäre? Ja, das ist eine gute Frage. Ich schreibe sehr gerne tatsächlich, also mit der Hand, mit dem Stift. Briefe schreiben, das mache ich sehr gerne. Briefe schreiben in der heutigen Zeit nicht mehr so der ultimative Trend, oder? Nee, gar nicht. Also wirklich nicht. Das stimmt. Aber doch, eigentlich finde ich das ganz schön. Ich freue mich auch immer, wenn ich mal Post kriege. Die ist nicht gerade vom Amt oder weiß der Geier, woher kommen. Sondern von Freunden. Oder mal eine Postkarte aus dem Urlaub. Das finde ich immer sehr schön. Du sagst, du schreibst gerne. Heißt das dann mit Füller, Tinte und so? Ach, das ist eigentlich ziemlich egal, was ich gerade so zu packen kriege, tatsächlich. Also Kugelschreiber, Füller, ich habe alles da. Ich male dann auch immer noch was dazu mit Buntstiften meistens. Irgendwelche Bildchen da drauf malen, damit es ein bisschen schöner aussieht. Briefmarke drauf. Genau. Klassisch. Richtig. Obwohl, naja, so klassisch ist sie nicht. Wir drucken sie uns aus. Das machen wir dann doch schon online, aber. Stimmt, die gibt es in Deutschland, in der Schweiz gibt es das ja auch. Kannst du quasi per SMS, kannst du ja quasi sogar Briefmarken dir erstellen lassen. Ja, genau. Dann kriegst du irgendwie so einen Code, den musst du dann so A60819 oder sowas draufschreiben und dann kannst du es dann verschicken. Ja. Ich glaube hier kannst du das über die deutsche Post oder so. Kannst du das da im Online-Shop. Und dann kannst du die da zu Hause ausdrucken auf so Klebeetiketten und dann schneidest du die da zurecht und dann packst du den halt da drauf. Aber das ist ja irgendwie schon, ich weiß nicht, irgendwie speziell, wenn du siehst, heute in der aktuellen Zeit wird ja alles mit E-Mail verschickt oder dann die neue Kommunikation Instant Messenger zwischen den Personen im privaten Bereich. Instant Messenger, denke ich mal, ist zwischen Firmen eher so nicht so, glaube ich, das Ding. Aber früher war ja Brief, war ja das große Sache oder ein Fax oder sowas, was man dann vielleicht noch hatte. Aber meinst du, das würde dann grundlegend irgendwann mal komplett aufsterben? Ich denke, also wenn ich mir die Jugend von heute so angucke, die sind ja nicht sonderlich motiviert, mal einen Brief zu schreiben ohne Postkarte. Nö. Also es ist ja in meiner Generation die Leute, die machen das ja schon kaum noch. Ich glaube nicht, dass das mehr wird in der Zukunft. Ich denke schon, dass das eher abnimmt. Und ich meine, die Technik entwickelt sich ja auch weiter. Es wird ja immer einfacher. Warum sollte man sich die Mühe machen und dann da mit Stift und Zettel hantieren? Ja gut, die Mühe machen, das ist ein guter Aspekt, weil ich denke einfach mal, vielleicht liege ich da völlig falsch, dass je mehr du aufwenden musst, um zum Ergebnis zu kommen, desto wertvoller ist es dann auch für dich. Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Zukunft da Lust drauf hat. Handy macht es halt schön einfach, ne? Du hast eine Autokorrektur drin, du musst nicht auf Rechtschreibung achten. Ach. Das stimmt, ja. Da musst du, oh, Tippex und so. Eih, Gott. Stimmt, ja. Schreibmaschine gab es ja dann auch noch, wo man dann quasi diese Sachen dann und so machen konnte. Schreibmaschine hatte ich auch, fand ich super. Geräusch, fandest du toll? Nö, dass du auf diese Tasten drücken, ich weiß nicht. Es hat, also ich meine, da war ich, ne, da war ich da acht, neun oder so. Konnte halt schon schreiben, aber ich fand das lustig, auf diese Tasten zu drücken und wie dann da immer dieses Ding hochging, so tsching, der Buchstabe dann da aufs Papier gedrückt wurde. Das war schon spannend, als Kind. Als Kind. Ich finde das so faszinierend, weil ich habe ja auch eine Schreibmaschine, da schreibe ich ab und zu was drauf und meine Frau sagt immer zu mir, sie findet es super entspannend. Ja, also unangenehm finde ich das auch nicht. Aber es ist ja komisch, oder? Es ist ja was Mechanisches. Warum ist das entspannt? Was siehst du daran? Es ist einfach diese Nostalgie, glaube ich, die da so ein bisschen hochkommt. Aha. Das macht es dann so attraktiv. Kaminfeuer, hm? Zum Beispiel. Zum Beispiel, das ist dann auch Vergangenheit, aber irgendwie doch dann was Spezielles zum Entspannen. Genau. Glaubst du, dass dieses Jahr das Jahr der unglaublichen Entschleunigung sein wird, noch mehr als letztes Jahr? Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Nee. Meinst du nicht? Also, dass das jetzt alle dann sagen, wir werden jetzt zum Teetrinker schreiben mit der Schreibmaschine, setzen uns von Lagerfeuer und lassen uns mal quasi ein bisschen berieseln? Nee, das denke ich, glaube ich nicht. Nein. Glaubst du nicht? Aber dieses Jahr, glaube ich, könnte vielleicht genau das Gleiche passieren, wie letztes Jahr, dass viel mehr Leute spielen? Ja, spielen. Doch, das könnte ich mir auch vorstellen. Durchaus. Meinst du, dass die Leute eher so klassisch sagen, nö, das geht gar nicht, Brettspiele, sondern wir wollen online spielen oder ist das eigentlich egal in der heutigen Zeit? Boah, ich glaube, das ist ganz gut gemischt. Also, es wird mit Sicherheit sehr viele geben, die dann da lieber online Spiele spielen. Aber, ich weiß nicht, wir kennen super viele Leute, die total auf Brettspiele abfahren. Und die sind ja auch nicht ganz aus der Mode. Da gibt es ja auch echt tolle Brettspiele, muss man einfach mal sagen. Wenn du dich jetzt einordnen würdest, also ich mag ja dieses Schubladendenken grundlegend ja nicht, aber man muss ja irgendwie, manchmal muss man ja Schubladendenken machen. Würdest du dich, wie würdest du dich einsortieren? So, wenn du sagst, Online-Spiele oder digitale Spiele und dann die klassischen analogen. Zu welchem Bereich würdest du 50-50, 80-20, 10-90 oder was würdest du da sagen? Oh, das ist schwierig. Also, 40-60 würde ich sagen, 40 Prozent online, 60 Prozent dann doch Brettspieler. Oh. Also, ich mag die Brettspiele doch tatsächlich lieber. Ich meine, gut, ich habe jetzt auch nicht so die Auswahl an Online-Spielen, muss ich zugeben. Ich habe halt WoW, jetzt habe ich halt noch Worms und Magic fange ich halt gerade an. Okay. Und das war es dann ja auch schon, also das wird ja dann auch irgendwann öde. Aber Brettspiele, wir haben sehr viele. Wie gesagt, wir haben viele Freunde, die Brettspiele haben und die auch mit uns spielen. Da kann man sich immer mal eins ausleihen. Doch, das ist auch einfach, ich finde es super gesellig, ne, wenn man dann da am Tisch sitzt und so. Schipps dazwischen und dann wird geschnackt und gespielt. Das ist schon sehr schön. Ich mag das. Das heißt, bei euch wird dann mehr Magic, Commander, Paper Magic und so weiter gespielt? Ja, jetzt die letzte Zeit spielen wir ja öfter mal ein bisschen Commander. Ja gut, ich habe auch nur eins und Deck. Mehr habe ich da auch nicht tatsächlich. Ja, ja. Und sonst, wenn meine beste Freundin kommt, wir spielen ja oft, ich weiß nicht, Kniffel spielen wir. Super, super. Dann gibt es noch Kribbeln, das ist auch so eine Art Kniffel noch mit Farben und so. Ich weiß gar nicht, Kartenspiele auch generell andere, also jetzt nicht nur Magic, spielen wir sehr viel. Arkham Horror, das ist halt so ein Riesenbrettspiel, was auch echt so richtig langatmig ist dann. Munchkin, ach alles. Munchkin, der Klassiker. Okay, das heißt also, du bist eher so Richtung Kartenspiel, also wenn es ums Analoge geht. Also Kartenspiele, die sind halt, da sind die Runden schneller rum meistens, ne? Außer Magic jetzt vielleicht. Aber ich sag mal, die klassischen Kartenspiele, da sitzt man halt nicht irgendwie zwingend dann irgendwie vier Stunden an so einer Runde wie bei Arkham Horror. Da kann man halt mal zwei, drei Runden spielen oder einfach mal ein Spiel zwischendurch wechseln, ohne das dann da komplett abbrechen zu müssen. Von daher bietet sich das oft einfach an. Mhm. Aber sonst, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt pro Kartenspiel unbedingt bin. Also ich mag auch schon, Mensch ärgere dich nicht oder ich weiß nicht, meine Kinder, die haben natürlich auch viele Brettspiele. Stone Age Junior, ach weiß nicht, was die da alles haben. Das sind ja, das sind jetzt keine Kartenspiele. Und das spiele ich eigentlich auch ganz gerne. Also bei euch quillt quasi die Bude voll, was Spiele angeht. Ja, es ist inzwischen schon eine beachtliche Sammlung geworden. Das ist gut, das ist gut. Wenn du jetzt sagen würdest, gibt es ein ultimatives Kartenspiel, was deine Nummer eins ist, wenn du jetzt auf eine einsame Insel gehen müsstest und du dürftest nur ein Kartenspiel unter anderem auswählen? Hm. Tja, dann wäre es wahrscheinlich Skippo. Skippo? Skippo. Ist das so ein, glaube ich, so ein schnelles Spiel, kann das sein? Nee, 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 da spielt man immer abwechselnd. Man muss halt gucken, dass man seinen Kartenstapel da irgendwie abgebaut kriegt, indem man in der Mitte da immer die Karten drauflegt, die passenden Zahlenfolgen da fortführt. Hm, okay. Okay. Und Brettspiel Nummer eins für die einsame Insel? Brettspiel Nummer eins. Ah, ich muss jetzt mal überlegen. Jetzt wird's kritisch. Ich muss mal kurz überlegen. Das wäre wohl Seven Wonders. Ja. Oh, das ist gut. Seven Wonders. Das ist ja eins meiner Lieblingsspiele. Wenn du jetzt auf der einsamen Insel, okay, das ist ein bisschen weit hergerollt, aber wenn's da jetzt so einen Stromanschluss geben würde und du dürftest nur ein digitales Spiel mitnehmen, egal ob das jetzt offline oder online wäre, was würdest du denn mitnehmen? Ein digitales Spiel, da würde ich wahrscheinlich World of Warcraft dann mitnehmen. Okay, also dann die Online-Version, logischerweise, aber die geht's ja offline nicht. Ja, genau. Okay, und dann wärst du versorgt? Mit Spielen wäre ich dann vorerst versorgt, ja. Den nächsten einsamen Inselabende und so. Genau. Obwohl sich Skippo oder hier Seven Wonders natürlich alleine schlecht spielen lässt, aber mit World of Warcraft, das funktioniert ja. Ja, das stimmt, ja, genau. Also du wartest dann eigentlich mit World of Warcraft in der Online-Variante auf die Mitspieler, die dann irgendwann auf die einsamen Insel kommen. Nö, wenn's ja online ist, kann ich da online mit meinen Freunden spielen. Naja, stimmt, du kannst ja dann auch die Kartenspiele online spielen, theoretisch, eigentlich, ja. Also geht ja dann auch. Das stimmt, ja. Hm, okay, also wir haben jetzt Kartenspiele, wir haben Brettspiele. Wir haben die digitalen Spiele. Jetzt wenn wir nochmal im Bereich Papier bleiben, also Stichwort Brett- und Kartenspiele, gibt's ja noch Bücher. Gibt's da so, auch so ein dringendes Buch, was du dann auf diese einsamen Insel mitnehmen würdest? Ein dringendes Buch, ja, das ist eine gute Frage. Ich hab ein paar Lieblingsbücher, den Hobbit zum Beispiel, find ich super. Oh, der ist cool, ja. Der liest sich richtig schön. Oder, ja, was hab ich denn noch? Wir hatten in der Schule, haben wir mal ein Buch durchgenommen, da hab ich, naja, ich weiß nicht, sechsten, siebten Klasse, in Deutsch haben wir das halt so durchgesprochen. Über uns der Sternenhimmel heißt das. Das war auch ein sehr schönes Buch. Das sagt mir gar nichts. Ach, das handelt von, ähm, ja, von kranken Kindern. Also, der eine, der hat, äh, Muskelschwund, die gründen dann da irgendwie eine Band und so und. Ja. Kritisches Buch. Es ist ein bisschen traurig, aber es ist auch irgendwie schön. Mhm. Liest du, also, nee, gut, die Frage ist jetzt blöd, vielleicht für Außenstehende, aber da sagen die, was will jetzt der Papier da? Ähm, wenn du ein gutes Buch hast, traust du dich, das Buch bis zum Ende durchzulesen? Ganz blöd, ich weiß. Ja, klar. Also, ich lese alle Bücher bis zum Ende durch. Du traust dir das echt? Ja, ich will ja wissen, wie es beendet wird. Bücher irgendwo in meiner Bibliothek, die ich nicht bis zum Ende durchgelesen habe. Dann würde ich wahnsinnig werden. Dann würde ich wahnsinnig werden. Ach, ich muss wissen, wie das ausgeht, sonst werde ich verrückt. Es ist ja, als wenn du einen Film guckst und den dann am Ende abbrichst. Gottes Willen. Ja, ich weiß. Also, gut, Hobbit habe ich durchgelesen, Herr der Ringe durchgelesen, noch ein paar andere Bücher, aber es gibt gewisse Bücher, wie zum Beispiel, was war das? Heißt, die Ehefrau des Zeitreisens oder der Zeitreisende Ehefrau, irgend sowas heißt das Buch. Da bin ich irgendwie in der Mitte hängen geblieben. Gibt es auch voll filmt, ne? Ja, ja, ja. Sehr schöner Film. Und habe ich, habe ich gecuttet in der Mitte. Oh nein. Das ist schlimm, oder? Das ist schlimm. Nein, da will ich verrückt werden. Doch, ich will ja wissen, wie es ausgeht. Also, ja. Es ist, ich, bei mir ist es so, wenn, wenn ein Buch, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, warum das passiert. Also, es gibt, also, Bücher, die ziehen mich halt total in den Bann, wie zum Beispiel Herr der Ringe. Und dann, das ziehst du einfach von Anfang bis Ende durch und du willst halt einfach bis zum Schluss irgendwie kommen. Und dann gibt es so Bücher, ich weiß nicht, das ist wie mit diesem Zeitreisen da, das, der Inhalt fasziniert einen so, wo du einfach sagst, ich will in dieser Story für immer an diesem Punkt bleiben. Ja, macht dich traurig, wenn es dann zu Ende ist, ne? Ja. Ja, das habe ich mit Serien manchmal, wenn es nur ein oder zwei Staffeln gibt. Und dann höre ich irgendwo, dass da keine weitere geplant ist. Bis dann sitze ich auch immer kurz zerstört auf der Couch und denke, nein, warum? Das muss doch weitergehen. Ja. Das ist traurig, oder? Ja, irgendwie, ja. Schon ein bisschen creepy. Aber ja, das macht mich dann auch schon mal so ein bisschen traurig, das stimmt. Ja. Ich habe durch einen Kollegen, guten Kollegen, habe ich einen Tipp gekriegt, ich soll mir das mal reinziehen. Und ich habe das wirklich von Anfang bis Ende durchgeschaut, eine Serie. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist dieses, wie heißt das auf Deutsch? Damen Gambit heißt das, glaube ich. Kenn ich nicht. Kennst du? Nee, kann ich nicht. Kennst du nicht. Auf Netflix. Also, das ist sehr speziell. Das ist ein kleines Mädchen, was weise ist oder weise wird. Und das lernt dann durch einen Zufall, in Anführungsstrichen Schach. Und die zieht sich quasi in diese Thematik so rein, dass die dann zum Schluss weltbeste Spielerin wird. Ach, ich glaube, ja, da habe ich einen Trailer von gesehen, als ich da mal so durchgesappt habe. Das kann gut sein. Da war irgendwas mit Schach. Ja. Also, Queen's Gambit heißt es, glaube ich, im Original. Ah. Ähm, unglaublich traurig. Unglaublich traurig. Ah, das ist ja was für mich. Also, da hatte ich zum Schluss Pipi in den Augen. Und danach ging es mir erstmal nicht gut. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es da einen zweiten Season oder sowas gibt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber selten, dass das passiert. Also, du bist da hartgesotten. Du lässt dich da, du ziehst dich da rein. Ja, total. Das heißt, wie schaut es denn dann aus, wenn jemand sagt, Buch, okay, aber da gibt es ja noch die andere Form des Rollenspiels. Hast du schon mal probiert? Ähm, ja, wir haben früher, wie lange ist das jetzt her? Zehn Jahre, 15 Jahre? Nee, nicht 15, 13, 13 Jahre ungefähr. Da haben wir Schwarze Auge meiner Zeit lang gespielt, hatten wir so eine Runde. Mhm. Aber ich bin da immer relativ still gewesen. Also, ich kenne das von meinem Bruder. Da war ich noch, jetzt war ich da, sieben oder so. Da hat der schon immer Schwarze Auge und Magic auch gespielt. Der ist da ja total viel zu haben. Und da habe ich oft dabei gesessen und zugeguckt, weil ich es super spannend fand. Ähm, na gut, ich war aber halt zu klein. Ich durfte natürlich nicht mitspielen. Ich durfte nur still daneben sitzen und die Gummibärchen halten. Die Gummibärchen halten. Ja, aber, ähm, ja, als ich mit Vuli zusammengekommen bin, weil der das halt auch mal gespielt hat mit seinen Freunden. Und dann bin ich da auch mal mit reingerutscht in die Runde. Aber, ja, ich war immer sehr still eigentlich. Ich habe mich da auch nicht so getraut, dann da was zu sagen. War sehr verhalten. Die haben das dann immer alles erledigt. Ich bin dann hinterher geschlufft. Wenn du es jetzt so nachträglich betrachtest, ähm, findest du das traurig dann, dass du dich damals, ähm, quasi da nicht so beteiligt hast? Oder sagst du, das war okay für dich? Nee, ist schon schade. Also, weil ich glaube schon, dass das richtig Spaß macht, wenn man sich da so richtig rein vertiefen kann. Und das so ausleben kann. Dann hätte ich das vielleicht auch ein bisschen konsequenter durchgezogen und würde das vielleicht heute noch machen. Mhm. Ja. Das ist schon schade eigentlich. Aber, ja gut, jetzt ist es halt so. Es ist ja noch Zeit, ne? Wir sind ja hier zu Hause. Man kann ja spielen. Wir haben Berge, weiße Regelwerke, weiß der Geil, was da. Die Möglichkeit besteht ja immer noch. Man hat auch Freunde, die das mitspielen würden. Hat sich bisher auch einfach nicht ergeben, tatsächlich. Es ist auch, glaube ich, schwierig. Also, ich hab zweimal bis jetzt in der Online-Version sozusagen über Discord oder sowas, sondern wirklich vor Ort in einer Gruppe mal gespielt. Und das ist irgendwie schwierig, weil du halt auch Zeit finden musst, räumlich dann zusammenzukommen. Ja, das ist gar nicht so das Problem, weil die meisten sich eh mal bei uns sammeln zum Spielen, weil wir halt hier auch natürlich die drei Kinder haben. Das ist halt nicht mal eben so, dass wir dann da weg können. Hm. Und die, ja, der überwiegende Teil unseres Freundeskreises hat keine Kinder. Von daher bietet sich das immer an, dass die zu uns kommen, tatsächlich. Wohnung ist auch groß genug, von daher. Und das passt schon. Also, daran soll es nicht scheitern hier. Jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, ja, aber Papier, du hast in der Vergangenheit, podcasttechnisch, da ging es ja immer über Konsolen und so alte Computer und so weiter. Die Frage ist ja, du hast ja bestimmt in deiner Vergangenheit, hast du ja auch vielleicht so Konsolen, computermäßig, warst du da vielleicht aktiv oder hat dich das zu der Zeit nie fasziniert? Doch, ähm, tatsächlich, ähm, der Super Nintendo. Ach nee, echt jetzt? Den hab ich auch noch. Mit Yoshi's Island und, äh, ich glaube, Super Mario World. Das sind die einzigen zwei Spiele, die es irgendwie die ganzen Umzüge überlebt haben. Alle anderen sind leider da irgendwann mal verschollen. Ähm, ja, meine Großeltern, mein Opa, der hatte den tatsächlich. Und immer, wenn ich die besucht hab, dann durfte ich da spielen, das ganze Wochenende, das war total super. Kam meine beste Freundin noch, ähm, die hat nebenan gewohnt, rauf. Dann saß man da bei meinen Großeltern im Wohnzimmer, auf dem Boden, vorm Fernseher und haben da Super Nintendo gezockt. Das war mega toll, also, richtig schön. Ja, und dann hab ich mir auch mal ausgeliehen, dass ich ihn mit nach Hause nehmen durfte, aber, ähm, ja. Meine Eltern haben da nicht so viel von gehalten, da durfte ich dann am Wochenende mal ein Stündchen dran. Und ansonsten war natürlich angesagt, rausgehen, frisch Luft genießen und nicht vor der Konsole hocken. Das geht ja gar nicht. Das war dann richtig deprimierend, weil ich hab dieses Ding dann immer angeschmachtet und durfte es nicht benutzen. Ich hab mir gedacht, ne, dann bringst du es das wieder zu meinen Großeltern und dann fahr ich halt lieber die Wochenenden da hin. Übernachte da und kann dann da spielen. Ja, aber Super Nintendo, beste Konsole für mich überhaupt. Also, keine andere Konsole kann dem Super Nintendo das Wasser reichen, wenn du mich fragst. Das seh ich auch so. Das steht links neben mir, steht sogar eine. Aktuell mit irgendwie Super Gameboy Adapter und Pokémon, Pokémon Silver, das oben drauf steckt momentan. Hat mein Opfer auch, genau. Ich hab Paperboy, hab ich da gespielt. Ah, das ist auch gut. Gutes, gutes Mario-Rollenspiel quasi in Anführungsstrichen, ne? Oder Paper Mario, wie man das schon so sagt, ja? Von den zwei Spielen, wo du sagst, jetzt Yoshi's Island und Mario World, war das gleichwertig? Oder sagst du, eins der beiden war schon ein Lieblings? Yoshi's Island. Yoshi's Island, ja, war so süß, oder? Mein absolutes Lieblingsspiel. Also, ich spiel's auch heute noch gerne. Meine Kinder haben's auch schon gespielt. Das ist toll. Das macht einfach richtig viel Spaß. Die Musik ist super, die Animationen, die sehen toll aus. Ich liebe das, wirklich. Die Geräusche? Ja, klar. Die sind so quirlig und so weiter, so putzig. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, also Nintendo hat's eigentlich immer drauf gehabt und hat's, glaube ich, immer noch drauf, irgendwie Spiele zu designen, wo du einfach sagst, die kannst du auch noch nach 20, 30 Jahren sehen. Ja, das stimmt, das muss man denen lassen. Ja, das stimmt, ja. Ja, und hast du das letzte Mal den Super Nintendo eingeschaltet? Ja, das letzte Mal, das ist ja schon ein bisschen länger her tatsächlich. Das war, ich glaube, vor zwei Jahren, da hatte ich den im Schlafzimmer am Fernseher eingestöpselt. Ich bin mit meinen Kindern, haben wir da gespielt. An Röhre oder an Flachbildschirm? Nee, Flachbildschirm. Echt? Nicht Röhre? Nee. Hallo? Nee, wir haben leider keine Röhre. Keine Röhre, also sofort, okay, jetzt, wo die auf den Zettel schreiben, bitte Röhre kaufen. Alles klar, wird notiert. Extra für den Super Nintendo. Ja, genau. Nee, ich hab extra für den Super Nintendo damals noch so eine Sony Trinitenröhre besorgt und die steht immer noch da und wird benutzt. Also, das gehört einfach zusammen, finde ich. Ja, stimmt schon, ne? Aber, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, unser Schrank ist gar nicht tief genug, dass wir da so eine Röhre draufstellen könnten. Ach, der wird größer gemacht. Aber wenn du bedenkst, stell dir mal vor, früher war es so, da haben ja so die Leute, die so auf dem C64 irgendwie geschrieben oder programmiert haben, die hatten ja so einen großen Röhrenmonitor auf dem Tisch stehen. Ja, ich hatte auch einen C64. Ja? Und heutzutage haben die einfach so einen Flachbildschirm. Ja, Wahnsinn, ne? Das ist ja nix. Und meine Kinder können sich das, glaube ich, auch nicht vorstellen, dass das mal anders war. Die kennen das ja gar nicht anders, die kennen ja nur diese moderne Technik. Hm. Vermisst du das oder sagst du einfach, nee, es braucht kein Mensch? Ach, ja, ich weiß nicht. So ein bisschen zwiespältig. Also, ich finde es natürlich, es ist schon sehr angenehm, so mit diesem Flachbildschirm hier. Na, es ist schon praktischer, sage ich mal, dass du eigentlich so einen 3-Meter-Schreibtisch dir ins Zimmer stellen musst, sondern die Dinger notfalls auch einfach an eine Wand hängen kannst mit so einer Halterung. Das ist schon ein bisschen Luxus. Aber, ja, fürs Retro-Feeling ist das schon ganz cool mit den Röhren. Ich gebe es zu. Das stimmt, ja. Das ist so wie, ich sage mal, Lagerfeuer. Ja. Die machen irgendwas, was in einem Menschen irgendwie dann zum, ich weiß nicht, du hast so ein Glücksgefühl irgendwie ein bisschen. Ja, das stimmt. Das ist schon spannend. Ja, Röhre, spannendes Thema. Na, ja gut, also dann die Einkaufsliste für die nächsten Wochen ist dann geklärt, ja? Genau. Der Rudi wird sich bedanken. Der wird sich bedanken. 67, wenn du sagst, da mit Diskettenlaufwerk 1541 und so, wie sich das gehört. Ja, so Riesendisketten waren das, glaube ich. Ja, die 5 und Viertel Zoll, genau. Warten, warten. Ja, da war ich auch noch richtig jung, also, was war das? War das? War ja das? 92, 93, irgendwie sowas. Mhm. Ja. Da hatte ich so ein Ding. Aber da habe ich auch nicht so viel dran gesessen, tatsächlich. Also, ich hatte auch von meinem Bruder dann so einen riesen Diskettenkasten. Da waren, ach, weiß nicht, wie viele Disketten da drin stecken. Ich weiß bis heute nicht, was da alles drauf war. Ich glaube, Mai Yong habe ich mal eine Zeit lang da drauf gespielt auf der PC. Wieso nicht, ja? Ja. Findest du das einen nicht ... Ich weiß nicht, ich bin da immer so derjenige, der dann sagt, früher hat es ja alles so lang gedauert, bis mal so ein Spiel dann gestartet ist. Und heutzutage drückst irgendwie auf ein Knöpfchen, es ist die, rattert vor sich hin. Also, die rattert ja nicht mehr, aber die tut halt. Und dann ist das Spiel da. Das ist also ... Ist das ... Weil alles so schnell geht. Ja, aber das ist natürlich auch Luxus, ne? Ich weiß nicht, man kannte es früher ja nicht anders. Deswegen hat es einen ja auch einfach nicht gestört. Ich meine, das war ja auch immer froh, wenn du ins Internet konntest und mal eine Zeit lang das Telefon dafür abgeschaltet wurde, ne? Da hast du dann auch gerne mal zwei Minuten gewartet, bis das Spiel geladen war. Stimmt, ja. Und das ist heutzutage, wenn du dir so kleine Kinder anschaust, ich finde das immer total schlimm, die dann irgendwie so mit Smartphone schon erzogen werden, also in gewissem Alter schon, wo man heutzutage sagen würde, es muss ja nicht sein, die sind dann irgendwie total sauer, weil das Spiel drei Sekunden länger braucht zum Laden. Ja, also da habe ich auch nicht so das Verständnis für. Aber ich denke, da ist auch wieder einfach die Sache, die kennen es halt nicht anders. Die kennen diese Zeit nun mal nicht, dass man da warten muss. Sie sind es halt einfach gewohnt, dass es ratzfatz funktioniert. Und wenn es dann halt mal nicht funktioniert, ist es natürlich doof. Hm. Ja. Das sind halt Kinder, ne? Die haben da einfach ein anderes Verständnis für dann auch. Aber können manche Erwachsene auch nicht unbedingt warten? Ja, die gibt es auch. Das stimmt. Da kenne ich auch einige. Die wollen alles sofort und jetzt. Und wenn ich es heute bestellt habe, muss es morgen auf dem Tisch liegen. Ja. Ist ja auch bequem, ne? Mit Drohne eingeflogen. Genau. So wie sich das gehört. Wann war das? Gestern? Vorgestern habe ich so eine alte Serious in den 80er Jahren angeschaut. Und dann habe ich eine Sache gesehen, wo ich gesagt habe, das vermisse ich irgendwie jetzt total. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur gestern dieses Phänomen war, aber ich weiß nicht, ob du das noch kennst von der Optik her. Da gab es ja früher diese, entweder die grünen oder orangefarbenen Wählscheibentelefone. Mhm. Wie so ein Bagelit-Gehäuse und wo du dann die Nummer eingedreht hast und also nicht getippt hast und dann dauert es und dann hast du dieses Gefühl, diese Wählscheibe zu drehen und dann jemanden anzurufen. Ich weiß nicht, das war ganz, ganz stark gestern. Ja, das kenne ich jetzt so nicht mehr. Also ich kenne diese Telefone. Ich hatte auch so eins zum Spielen tatsächlich, so ein altes, aussortiertes. Wir hatten dann schon die Neuaufmachung davon mit den Tasten. War aber auch wunderschönes Spinatgrün, das Telefon. Ja, aber die kenne ich. Das Geräusch. Ich habe da als Kind auch gerne gespielt tatsächlich, dieses Geräusch, dieses Ratatatatat, das Zeilenratanat zurückgelaufen ist. Es heißt ja, also wenn es um Spielen und so weiter geht, dass die Haptik da ja dann mitmacht. Also dass das total wichtig ist, dass Kinder, also ob das bei Erwachsenen dann noch wichtig ist, weiß ich nicht, sondern das haptische Gefühl haben. Deswegen sagen die immer, dass so Tablets und solche Sachen für Kinder im gewissen Alter, wenn die Jungen sind, ganz schlecht sind, weil die kein haptisches Gefühl dafür haben. Also die streichen ja auf dieser Glasoberfläche rum und spielen damit. Aber anscheinend sagen Spiel, Designer und Entwickler, wenn du quasi so ein Brettspiel oder sonst irgendwas hast und diese Figuren, keine Ahnung, das ist auch Holz oder Plastik, bewegen musst, hast du ein ganz anderes haptisches Gefühl, als wenn du quasi mit dem Finger auf der Glasscheibe gehst. Ja, das denke ich, da werden die schon richtig liegen. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ich meine, das gehört ja auch einfach zu Entwicklungen dazu, dass man alles anfasst und fühlt und erlebt. Das ist natürlich, wenn du da immer nur auf so einem Bildschirm starrst, der dich dann da anleuchtet und immer nur über dieses Glas rutscht. Ja, also beim Telefonieren heutzutage ja auch. Du hast ja auch eben, wie gesagt, diese Hardblick, du musst nicht die Tasten mehr drücken, sondern hast auch nur diese Glasscheibe und so weiter. Also es ist irgendwie, wie heißt das so schön, die Sinne der Menschen verkümmern. Ja, das stimmt. Also mehr Sinnlichkeit der Menschen, ich weiß nicht, wie sie schreien sollen, also das ist unglaublich. Ja, vielleicht sollten sie mal so ein Smartphone mit Tastenfeld, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ja gut, ich habe sogar eins, ich habe sogar eins. Echt, gibt es das? Ja gut, das ist mein gutes, altes, mit Namen wird es nicht genannt, aber das benutze ich immer noch. Also ich mag das. Ich meine jetzt nicht diese alten, ich meine schon so ein modernes Telefon, das du mit den Händen, aber vielleicht auch die Möglichkeit hast, Tasten zu drücken. Weißt du, was ich meine? Ja, das habe ich. Also ich habe eins, wo du Touch-Display hast, aber unten drunter echte Tastenfache. Guck mal, ist mir durch die Lappen gegangen, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, die Firma, nennen wir es jetzt mal Blackberry, hat die entsprechend damals hergestellt. Die machen jetzt nichts mehr, die kommen ja aber anscheinend dieses Jahr wieder auf den Markt. Oh, okay. Also anscheinend kommt da wieder was. Irgendwie so ein Telefon angeblich mit Android mit Tasten. Wir dürfen gespannt sein, würde ich sagen. So ein Zufall. Also diese Sequenz wurde nicht gesponsert von Blackberry. Ja, ja, das ist wichtig. Es ist uns ganz spontan eingefallen. Ja. Ja, gut. Überleidung haben wir gut eingefädelt, jahrelang drüber nachgedacht, wie man das machen soll. Ja, gut. Ja, also ich denke mal, ich weiß nicht, also du hast jetzt quasi, du sitzt jetzt ja auf dieser einsamen Insel, wo wir vorhin da angefangen haben noch und bist jetzt quasi versorgt mit Brettspiel, Kartenspiel, Digitalspiel deiner Wahl. Buch hast du ja auch jetzt dabei. Würde dir denn noch was fehlen? Außer ein Telefon, meine ich jetzt? Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob mir ein Telefon fehlen würde, ehrlich gesagt. Also du würdest gar kein Telefon auf der einsamen Insel mitnehmen? Naja, wenn ich auf eine einsame Insel gehe, dann bestimmt nicht, um zu telefonieren, sondern um da meine Ruhe zu genießen. Nicht, dass es die ganze Zeit da bimmelt und irgendeiner wissen will, wie es mir geht. Vermisst du die Ruhe? Manchmal schon, ja. Doch. Also gerade jetzt im Moment ist es natürlich auch mit diesem Corona-Gedönse da. Die Kinder können ja nicht in den Kindergarten oder in die Schule. Man hat sie ja 24-7 zu Hause. Das Wetter draußen ist jetzt auch nicht so der Knaller, dass sie den ganzen Tag draußen rumlaufen könnten. Wir haben jetzt hier auch keinen Garten bei uns, wohnen halt in so einer Mietwohnung. Das ist schon, boah, ja, ganz schön anstrengend manchmal und da vermisst man wirklich die Ruhe und dann ist es für mich immer das Highlight des Tages, wenn die abends endlich alle im Bett liegen und schlafen. Und dann genießt du die Ruhe XXL. Genau. Und dann genieße ich meine Ruhe tatsächlich. Das ist, ich weiß nicht, aber ich glaube, dass es geht vielen so, weil in der Vergangenheit war das so, dass Ruhe war ja auch irgendwie so ein Gut, was viele Leute vielleicht sich gewünscht haben, aber in den letzten Monaten ist es besonders wertvoll geworden. Ja, ja, natürlich. Ich meine, in der Situation, in der ich jetzt hier stecke mit meinen Kindern, da sind ja viele Familienbetroffene, wenn man das ja eigentlich gar nicht so gewohnt ist, dass die den ganzen Tag zu Hause sind. Ich meine, klar, Sommerferien und so, aber selbst da sind die ja viel draußen gewesen oder man konnte ja irgendwelche Aktivitäten da, ne, da nachgehen. Aber das ist ja jetzt alles nicht. Das ist natürlich, das bringt dann die Leute echt schon an ihre Grenzen, glaube ich. Also, wie gesagt, ich merke es ja bei uns. Das ist manchmal echt, puh, richtig anstrengend hier. Die sind ja auch nicht ausgelastet und so. Das stimmt, ja. Meinst du, dass diese Generation Kinder, keine Ahnung, das ist die C-Generation, denn was man sagt, also die Corona-Generation, wäre ja irgendwie so. Dass die anders aufwachsen wird? Als wir? Oder jetzt generell vor? Die Kinder, nicht die Eltern, sondern die Kinder, dass die ein anderes Weltbild haben als die Kinder, sag ich jetzt mal, vor 10 oder 20 Jahren davor. Ja, definitiv. Also, wie würdest du das definieren? Also, wenn du jetzt, sag mal, würdest du jetzt vorausschauen? Was denkst du, wie sich das äußern könnte? Ja, also, ich sag mal, vor 10, 20 Jahren, da war ich ja noch jung, vor 20 Jahren auf jeden Fall. Ähm, ich bin ja viel draußen gewesen, ne? Also, bei uns gab's das einfach auch nicht. Und bei meinen ganzen Freunden auch nicht. Ich kenn keinen aus meinem alten Freundeskreis, der den ganzen Tag zu Hause saß und gezockt hat oder so. Man war ständig auf Achse. Man war verabredet, war draußen bei Wind, Wetter, Schnee. Und das machen die ja heute schon nicht mehr. Und ich glaube auch nicht, dass das in Zukunft sehr viel besser werden wird. Einfach, natürlich, die Technik entwickelt sich weiter, wie gesagt. Es wird immer wieder neue, tolle Dinge geben, die man schön vom Wohnzimmer aus machen kann. Ich glaube nicht, dass die in Zukunft sehr viel mehr das Haus verlassen werden. Hm. Und dementsprechend denke ich schon, dass die natürlich ganz anders aufwachsen werden, als wir das hatten. Das ist eigentlich schade, oder? Ich find's total schade. Also, es nervt mich bei meinen Kindern ja auch schon, die wollen auch nicht immer so raus, wie ich das gerne hätte. Also, jetzt nicht, um sie loszuwerden, aber einfach, damit sie rauskommen. Was einfach schön ist, ne? Nein, die wollen dann auch lieber zu Hause und dann da mal Fernsehen gucken oder, weiß ich nicht. Minecraft spielen. Genau, Minecraft spielen. So Sachen. Das ist halt so, ihre Freunde, die spielen das dann. Und dann wollen die das dann natürlich mit denen zusammen dann auch spielen. Klar, macht auch Spaß, will ich ja gar nicht abstreiten. Aber, ja, der Fokus liegt halt darauf und nicht aufs Rausgehen und sich wirklich treffen und dann quatschen und wirklich mal die Zeit miteinander verbringen. Die machen das auch lieber online dann. Meinst du, dass das gleichwertig ist? Also, wenn du jetzt sagen würdest, Vergangenheit und die jetzige Form und wenn du es nicht anders kennst von damals und wenn du es nicht anders kennst von heute, dass es gleichwertig für die Personen ist, weil sie nichts anderes kennen? Ja, wahrscheinlich, denke ich. Wenn sie es nicht anders kennen, klar. Ich meine, da kann man ja auch dann keine Vergleiche ziehen. Also, ich denke, ich habe mir auch überlegt und ich bin dann zum Entschluss gekommen, dass das wahrscheinlich, weil jeder ja in seiner eigenen Blase ist, also quasi Datenblase oder wie man es beschreiben soll, dass das für dich dann auch okay ist, weil du es halt nicht anders kennst, wie du sagst. Ja, ich kenne jetzt beide Seiten, weil ich ja früh Glück geboren wurde. Naja, eben, du hast Glück, ja, du hast Glück und Ruhe. Ja, nee, Ruhe habe ich am Moment da nicht. Ach so, ja, ja, das stimmt, ja. Aber, wird ja wieder kommen. Ja, wann ist denn, meinst du, dass da gibt es ein Ende? Also, ich glaube nicht, dass es noch sehr viel schlimmer kommen kann. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Direkt von Abgrund und sind jetzt, nein, wir laufen zurück, also. Ich denke, es wird jetzt wieder besser werden. Doch. Muss ja, hm? Ja, also, es kann ja nicht ewig so weitergehen. Das ist ja, er drehen die Leute ja alle am Rad irgendwann. Also, es muss ja irgendwann mal besser werden. Und nach Regen kommt immer Sonnenschein, weißt du? So sehe ich das. Ja, und dann gibt es ja auch den Regenbogen mit dem Topf. Genau. Den gibt es auch. Den habe ich als Kind tatsächlich mal versucht zu kriegen. Hat aber nicht funktioniert. Gold. Ja. Jetzt sind wir mit dem Fahrrad übers Feld geradet, wie die bekloppt, weil ein Regenbogen da war. Und dann wollten wir da gucken, ob da ein Topf mit Gold steht. War nicht. Der Regenbogen war dann irgendwann weg, bevor wir angekommen sind. Er war dann doch zu groß. Oh nee, er war zu langsam. Naja. Aber dafür hatten wir eine schöne Radtour. Von daher. Und Bewegung. Und Bewegung, klar. Na, der frischen Luft. Ja gut. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich angekommen. Nämlich am Regenbogen. Am Regenbogen. Das ist schön. Das gefällt mir. Gibt es auf deiner einsamen Insel dann noch einen Regenbogen? Natürlich. Mit Töpfchen? Ja. Nö. Obwohl, das Töpfchen brauche ich nicht. Bin ja auf einsamen Insel. Ich kann mir ja eh nichts holen. Von daher brauche ich kein Töpfchen. Da brauche ich kein Töpfchen. Da gibt es ja dann auch kein Geld sozusagen. Nö. Kokosnüsse. Die wünsche ich mir. Viele. Viele Kokosnüsse. Viele Kokosnüsse. Ja gut. Dann wünsche ich dir viele Kokosnüsse. Viel Ruhe. Einen Röhrenfernseher. Und bedanke mich für diesen spannenden Ausflug in die Vergangenheit und die Zukunft. Ja, danke. Und ich hoffe, dass es dir Spaß gemacht hat. Ja, total. War sehr schön. Gut. Dann vielleicht in einer Folge irgendwann in der Zukunft. Genau. Schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Genau. Lass uns überraschen und sagen wir mal bis bald. Bis bald. Tschüssi. 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 Game over.